Hi Freunde des Biers, hier sind wir wieder bei Hopfenblüten Tee, dem Bierblog, ich glaube ihr könnt es langsam nicht mehr sehen, die ganzen Weihnachtsbiere, deswegen bringe ich jetzt auch trotzdem mal was Neues, was anderes mal wieder, beziehungsweise neu ist es auch nicht, und zwar das Elvis Juice von Brutdok, ja wie das schmeckt finden wir zusammen raus, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja Freunde, ich konnte jetzt die letzten Tage nicht aufnehmen, weil meine Beleuchtung von der Kamera nicht mehr wollte, da musste ich erst mal mir was Neues besorgen und ja, seht ihr, ich bin jetzt gut beleuchtet hier, finde ich besser als vorher sogar, auch wenn es hinten die Stimmung von meinen ganzen Weihnachtstagen so ein bisschen verschwindet, aber nicht schlimm, wir kommen zum Bier. Wie gesagt, das ist das Elvis Juicy von Brutdok, hat 6,5% Alkohol, wir haben eine 0,33er Flasche und das Ganze nennt sich Grapefruit Infused IPA, ja, sieht schick aus muss ich sagen, also ich finde die Flasche sehr schick designt, das Logo, hier oben ist der Brutdok drauf, genau da haben wir, ähm, es steht noch da, Brutdok Elvis Juice, der absolute King in einer Welt von Möchtegerns, Elvis Juice ist ein IPA wie kein anderes, denn hier lautet das Motto, alle Scheinwerfer auf die Grapefruit. Dieses fruchtige Overkill wird eure Sinne verwöhnt, zusätzlich zu seiner Spritzigkeit kommen intensive Aromahopfen auf die Bühne. In Bekleidung von Orangen und Piniennoten steht dieses IPA auf einer Basis aus leckerem Karamalz. Elvis Juice is ready to rock'n'roll. Ja, das klingt schon mal gut, würde ich sagen, ne, also, da wird nicht gegeizt mit hier Worten, also das Bier scheint ganz schön, oder beziehungsweise Brutdok scheinen viel vom Bier zu halten. Ähm, Hefe, Hopfen, Gerstenmalz, getrocknete Orangenschalen, getrocknete Grapefood-Schalen, natürliches Grapefood-Aroma, natürliches Blutorangenextrakt. Also, ganz schön paar Sachen drinne im Bier. Ja, und es riecht schon mal angenehm hier. So, schenken wir mal ein. So, das sieht schon mal super aus. So, ja, so, wir haben ja auf jeden Fall ein trübes Bier. Ja, einen Bernstein-Ton, würde ich sagen. Wenn wir aufhören, mit meiner neuen Beleuchtung sieht auch, dass wir ein ganzes Stück besser in der Kamera aus, also rein vom Licht her. Genau, wir sind hier noch ein schönes Bernstein-Ton. Sieht man hier durchschimmern, naturtrüb. Der Schaum, ja, hält sich super. Ist so klein bis mittelporig, und noch mit ein paar große Fläschen, aber ansonsten gut. Hält auch schön am Glas, wenn man das so mal rumschwenkt hier. Und ich würde sagen, wir riechen mal dran. Boah, das ist eine richtige Fruchtbombe, ey. Also schon an der Nase, also, boah, geil. Richtig, ja, orangeig, grapefoodig, fruchtig, geil. Wie Limo, nicht wie ein Bier. Mega interessant, ey. Wow. Richtig intensiv, also richtig tolles, intensives Aroma. Toll. Gefällt mir jetzt schon. Deswegen, ja, Prost. Boah, toll. Jetzt habe ich leider nicht geguckt, was das Bier für, wie viel Bitterinheiten hat. Ich würde mal jetzt ja grob schätzen zwischen 40 und 50 oder so. Einfach mal, ja, grob geschätzt. Zum Geschmack, auf den ersten Schluck, auf richtig fruchtig, also richtig, ja, richtig grapefruitig, also wie es da steht, aber vielleicht auch so eine, ja, so ein typischer grapefruitgeschmack, noch diese Bittere, die hier typisch grapefruitig ist. Sehr lecker. Ja, ich bleibe dabei. Es ist sehr grapefruitig. Am Anfang richtig fruchtig und dann kommt so eine Bitterness, aber halt nicht wie bei den meisten IPAs, sondern es ist so eine Bitterness mit einem richtig, ja, tollen Grapefruitaroma, also Bombe. Und es wird auch irgendwie, habe ich vom Gefühl her, dass es immer besser wird, umso mehr man davon trinkt. Die Bitterness macht auf jeden Fall Appetit auf mehr, oder Durst auf mehr, was er gesagt hat. Die Kohlensäure ist wunderbar eingebunden im Bier. Kann ich nicht meckern. Wunderbar harmonisch mit dem ganzen Getränk. Sehr lecker, fruchtig und macht irgendwie Lust auf Sommer schon wieder. Wir haben gerade mal Winteranfang. Ja, ich finde es klasse. Und ich finde es halt wirklich mega geil, weil man hier die Nase ran hält. Echt klasse. Auch ein toller, was jetzt zuerst so richtig rauskommt, so ein toller Malzkörper, finde ich. Der auch sehr, sehr, sehr gut ausbalanciert ist. Also, da stört die Grapefruit nicht und passt sich wunderbar an. Schön leicht mild. Also, ja, tolles Bier. Ich bin echt begeistert, ey. Ich liebe IPAs und, ja, da ist das eine echte Fruchtbombe. Also, klasse. Das ist auch eins der Bruderbeere, die ich noch nicht getrunken habe bis jetzt. Und, ja, ich war eigentlich bis jetzt eigentlich begeistert von den Bruderbeeren. Also kann ich mich da nicht beschweren. Auch das hier finde ich echt super. Also, mal wieder ein tolles Bierchen. Gut, das passt halt zur Zeit nicht so in die Jahreszeit. Dann hat es das Winter und draußen kalt und so. Aber ich kann mir vorstellen, im Sommer ist das das Bier für warme Tage. Also, ruhig schön kalt, wie ich es jetzt aus dem Kühlschrank habe. Geil. Also, ja, ich habe nichts zu bemängeln. Ich finde das Ganze mega cool. Auch, wie gesagt, mit den Zutaten halt. Noch mit den Orangenschalen, Quayfood-Schalen, Quayfood-Extrakt und Polut-Orangenschalen-Extrakt. Das Bier ist richtig, ja, richtig grapefruitig. Also, ja, tolles Bier. 5 in 5 Punkten. Und, ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe in letzter Zeit irgendwie hier sehr viel gutes Bier auf dem Kanal. Dass es auch Schlechtes gibt, das könnt ihr nahe nicht sehen, aber eher anhören, wenn ihr unsere letzte Podcast-Folge anhört vom, ja, Dienstag dieser Woche. Nennt sich nicht umsonst Ikea-Bier-Desaster, so viel hier vorneweg. Also, ja, lasst euch überraschen. Das soll es gewesen sein. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Prost und bis bald. Bleibt gesund. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020